Was würdest du sagen, wenn ich dir als schwangere Mutter, als werdende Mutter sage, dass dein Handy oder die Mobilfunkantenne gegenüber auf dem Dach bei deinem Nachbarn bei deinem ungeborenen Kind schwere Schäden verursachen kann? Ich bin Sarah, ich bin Hausgeburtshebamme und arbeite freiberuflich in der Schwangerschaftsvorsorge, bei Geburten und in der Nachsorge. Und betreue unter anderem auch Familien in einer 5G-Modellstadt, also eine Modellstadt, wo jetzt gerade 5G massiv ausgebaut wird. Diese Frauen, da habe ich gemerkt, dass sich genau in dieser Stadt sehr, sehr stark die Fehlgeburten häuften. Ich hatte innerhalb von zwei Monaten fünf Fehlgeburtsbetreuungen. Eine der Frauen, die wohnte direkt schräg gegenüber unter so einer Mobilfunkantenne, die ist dann umgezogen in ein anderes Dorf, wo es kein 5G gab. Die ist jetzt aktuell glücklich schwanger, während eine andere Frau in derselben Stadt dort wohnen blieb und jetzt vor wenigen Wochen ihre nächste Fehlgeburt erlitten hat. Ist das nur Zufall? Ich weiß natürlich als Hebamme, dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten oder von Gründen für eine Fehlgeburt gibt. Aber diese Häufung in dieser Stadt hat mich doch ein bisschen stutzig gemacht. Ich habe mich auf die Suche gegeben und einige Studien mir dazu durchgelesen. Alle Studien, die ich zu diesem Thema gefunden habe, ergaben besorgniserregende Resultate. Zum Beispiel zeigte eine Studie aus den USA ein dreifach erhöhtes Risiko für Fehlgeburten bei der Nutzung von Handys oder WLAN in der Schwangerschaft. Eine weitere Studie zeigte eine störende Wirkung von Mobilfunk auf die Herzaktion bei den ungeborenen Babys. Eine weitere Studie zeigte Verhaltensstörungen, wie zum Beispiel ADHS, die stiegen um 54 Prozent bei den Kindern, deren Mütter in ihrer Schwangerschaft am Handy waren. Eine weitere Studie an Mäusen zeigte, dass es immer weniger Nachwuchs bei den bestrahlten Mäusen gab und die Muttertiere waren schlussendlich unfruchtbar. Das alles war jetzt nur ein ganz kleiner Bruchteil von all den Ergebnissen und all den Auswirkungen von Mobilfunk, die ich in den Studien gefunden habe. Ich habe noch Ergebnisse zur Auswirkung auf die Samenzellen des Mannes gefunden, zur Auswirkung auf das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen. Ich habe da eine kleine Ausarbeitung zusammengestellt und habe die euch unten verlinkt. Das dürft ihr euch gerne herunterladen und weiter für euch forschen. Weil mir eure Gesundheit am Herzen liegt, habe ich einen wichtigen Hinweis. Vor allem für die, die schwanger sind, die schwangeren Mamis, vor allem aber auch für die Eltern und für alle jungen Menschen, die vielleicht mal Kinder haben wollen, lasst eure Handys aus. Schaltet WLAN aus, schaltet die Handys aus, vor allem nachts. Haltet sie so weit wie möglich weg von eurem Körper, vom schwangeren Babybauch, von den Geschlechtsorganen. Lasst sie da weg. Die haben da nichts zu suchen. Und an alle Betroffenen, die in einer Stadt wohnen, wo jetzt gerade 5G ausgebaut werden soll oder ausgebaut wird, und das wird leider gerade während der Corona-Zeit ganz massiv gemacht, geht doch zu euren Bürgermeistern, zu euren Stadträten, zu den Verantwortlichen hin und besteht darauf, solange es keine Studien gibt, die die Unschädlichkeit dieser neuen Technik beweisen, solange darf 5G nicht ausgebaut werden. Es geht hier nicht nur um unsere Gesundheit, es geht um die Gesundheit unserer Kinder, um unsere Zukunft.